Was hat denn ein Steirer im Rucksack? Jo, mein, schau mir gleich mal rein! Ein Stärz mit einem Kernel, einem Butter, mit einem Glatt, einem Muscatel, einem Wein. Und ein Foto vom Schatz, das hat sowieso ein Platz, aber jetzt auch bunt davon. Ja, die Duba, die Klampfen, die Steirische, haben wir schon längst am Bracktor. Wir müssen halt immer wieder so kreuz und quer übers Land. Der Rucksack, der geht bald über, ja einfach die Solderhand. Ein bisschen was aus der Heimat, ein Jauseneinstrument. Das ist, was man heute so dabei hat. Nix Neues, woma uns gut kennt. Was hat denn ein Steirer im Rucksack? Jo, mein, schau mir gleich mal rein! Ein Stärz mit einem Kernel, einem Butter, mit einem Glatt, einem Muscatel, einem Wein. Und ein Foto vom Schatz, das hat sowieso ein Platz, aber jetzt auch bunt davon. Ja, die Duba, die Klampfen, die Steirische, haben wir schon längst am Bracktor. Oh, wir treffen so viele Menschen, aus Bayern in Germany. Und in der Schweiz geht's dort über die Grenze, da schauen sie dann genauer hin. Ja, freudig haben wir was dabei da, aber gar nix zum Verzahlen. Ja, ich schätze mal, ihr seid Steirer, oder? Und das Säckle da ist ziemlich voll. Was hat denn ein Steirer im Rucksack? Jo, mein, schau mir gleich mal rein! Ein Stärz mit einem Kernel, einem Butter, mit einem Glatt, einem Muscatel, einem Wein. Und ein Foto vom Schatz, das hat sowieso ein Platz, aber jetzt auch bunt davon. Ja, und die Duba, die Klampfen, die Steirische, haben wir schon längst am Bracktor. Was hat denn ein Steirer im Rucksack? Jo, mein, schau mir gleich mal rein! Ein Stärz mit einem Kernel, einem Butter, mit einem Glatt, einem Muscatel, einem Wein. Und ein Foto vom Schatz, das hat sowieso ein Platz, aber jetzt auch bunt davon. Ja, und die Duba, die Klampfen, die Steirische, haben wir schon längst am Bracktor. Oh!